Herzlich Willkommen in meinem Kanal. Mein Name ist Lilo Siegel und ich freue mich euch heute ein Update geben zu können zu Bananenstauten. Nämlich hier spreche ich gerne alle Gartenfreunde an oder natürlich in erster Linie auch wirklich die Bananenstautenfreunde. Tja, leider ist es schon wieder so weit, dass der Winter vor der Tür steht und wir alle Bananen nun gut einpacken müssen, damit wir wieder genauso viel Freude im kommenden Jahr im Sommer an unseren Bananenstauten haben können. Ich habe zwar bereits schon zwei verschiedene Videos zu der Verpackung für den Winter in meiner Playlist für die Gartensachen, aber dadurch, dass ich so viele Fragen in den letzten Wochen zu der Verpackung hatte und habe so vielen versprochen, ich werde nochmals ein Update machen, werde ich das hiermit jetzt sofort tun und speziell auch aus dem Grund heraus, weil wir jetzt noch mal was mit der Verpackung geändert oder verändert haben. Eine ganz wichtige Frage, die sehr oft gestellt wurde, war bezüglich der PE-Bälle, die wir benutzen, um die Bananen einzupacken und vor dem Frost zu schützen. Denn die Frage dazu war ganz einfach, hat sich das denn gelohnt, das so zu machen, anstatt Stroh oder irgendwas anderes zu verwenden? Und natürlich die wichtigste Frage, haben die Bananen dann auch wirklich aufgrund dessen den Winter gut überstanden und sind auch wieder gut rausgewachsen? Und ganz genau darum geht es heute in diesem Video. In den vergangenen Jahren hatten wir hauptsächlich die Innenräume zwischen den Staudenstämmen mit Stroh gefüllt gehabt, das wir von unseren Bauern geholt hatten. Doch bei der Menge Bananenstauden, die wir jetzt haben und der Größe und wir sie auch nicht mehr ganz so kurz abschneiden wollen wie in den letzten Jahren, haben wir dann im Frühling das Problem, dass wir säckeweise dieses Stroh wegfahren müssen und das wollten wir ganz einfach nicht mehr. Deshalb war dieser Versuch mit den PE-Bällen und es hatte ja geklappt. Kommen wir also dazu, wie wir das dieses Jahr gelöst haben. Heute haben wir den 28. November und das Abschneiden der Bananen haben wir vor knappen zwei Wochen gemacht und genau aus dem Grunde auch seht ihr jetzt, dass in diesen zwei Wochen schon wieder die Banane treiben wollte. Ihr könnt überall in der Mitte sehen, wie die nächsten Blätter schon wieder am rauswachsen sind. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass wir natürlich noch keine frostigen Temperaturen hatten und zum Teil auch viel Sonnenschein noch hatten, kann man ja hier auch sehen und deshalb fangen die natürlich sofort wieder an und wollen wachsen. Wir haben sie in unterschiedlichen Höhen abgeschnitten und die höchsten sind jetzt so ungefähr auf 70 Zentimeter Höhe abgeschnitten. Wenn ihr natürlich jetzt welche seht, die ziemlich weit unten abgeschnitten sind, das hängt damit zusammen, das waren die Stauden, wo wir die Bananen dran hatten. Und wer das Video mit den Bananen noch nicht gesehen haben sollte, deshalb zeige ich euch ganz einfach jetzt hier mal die Bananen, die ich genau so aus den Stauden abgeschnitten hatte. Ich habe sie noch ein Weilchen aufgehoben, aber natürlich kommen da die Bananen nicht mehr zum Reifen, denn das hätte an dem Baum passieren müssen, an der Staude passieren müssen, Entschuldigung. Aber ihr könnt hier ganz genau erkennen, wie die dann wachsen und vor allen Dingen, wie sie sich wunderschön entwickeln. Da sieht man zum Beispiel wunderschön schon die Form der Banane, warum die nicht komplett am Stamm voll sind mit den Bananen, hängt ganz einfach damit zusammen, dass während sie am Baum hingen, doch sehr sehr viele Insekten drumherum waren, hauptsächlich die Bienen und Wespen, die die alle wirklich ausgesaugt und abgepressen haben, um diesen wunderschönen, diesen guten Bananen-Nektar daraus zu saugen. Doch leider ist es halt so, sobald die Banane diese Bananen entwickelt hatte, dann stirbt die genau ab und deshalb seht ihr jetzt hier den Bananen stumpf. Das sind hier zwei von denen, die getragen hatten, also schneiden wir die gleich ganz tief unten ab, denn die kommen nicht mehr raus. Das kann man auch jetzt schon erkennen, dass nicht im Vergleich zu den anderen da schon wieder vier, fünf, sechs Zentimeter rausgewachsen sind, sondern die ist wirklich am Sterben, leider. Aber das ist die Natur. Aber nun zu der kleinen Veränderung, die wir dieses Jahr vorgenommen haben, um unsere Bananen winterfest einzupacken. Ich habe aus winterfestem Vlies nun einige Säcke hier genäht und habe natürlich verschiedene Längen gemacht, habe auch verschiedene Breiten gemacht, denn wir haben ja sehr dünne Stämme noch dabei, aber auch schon sehr dicke. Und die nehme ich nun einfach und stülpe sie über alle abgeschnittenen Stauden drüber, muss dann noch mal nachzählen, muss vielleicht noch ein paar weiteren nähen, denn das ist meine Idee, um die da drüber zu stülpen. Dann kommt die Ummandlung drumherum und dann wird das Ganze mit den PE-Bällen gefüllt und dann noch mal eine Fließhaube um das Ganze drumherum gemacht. Und dann hoffe ich, dass das genauso wieder glückt wie auch im letzten Jahr. Denn da hatten wir das ja hier nur an der kleinen vorderen probiert gehabt mit den PE-Bällen. Und das war einfach fantastisch. Das war eine saubere Angelegenheit. Die PE-Bälle ja sind nicht ganz billig, sind nicht ganz günstig, aber dafür können wir sie jedes Jahr wiederum aufs Neue verwenden. Und man hat sie eigentlich dann für immer, denn die gehen nicht kaputt. Und hier seht ihr sie auch schon. Jetzt seht ihr die überstülpten Fließhauben, die ich genäht habe, das Teil, das wir drumherum gestellt haben. Der ist schon so gut wie ganz eingepackt, jetzt der große. Ja, und dann kommt eigentlich nur noch, wenn es bis oben hin gefüllt ist, die Haube drüber und noch eine Beschwerung drauf. Oder am besten noch hier, wie wir es auch bei anderen gemacht haben, wenn wir noch von einer Regentonne einen Deckel haben, dann kommt der oben drauf. Muss natürlich beschwert werden, denn wenn wir dann Winterstürme bekommen oder wirklich starken Wind, dann können die leicht wegfliegen und dann hat der Nachbar die im Garten. Wäre nicht ideal, wäre nicht günstig, wäre nicht gut. Ja, liebe Garten- und Bananenfreunde, ich hoffe, ich konnte euch heute wieder mal einen kleinen Tipp oder eine Idee geben, wie ihr in Zukunft eure Bananenstauten einpacken könnt. Wie gesagt, wir haben das jetzt heute erst gemacht mit dem Einpacken am 28. November, ganz einfach, weil wir nicht wollen, dass die Bananen so lange über den Winter eingepackt sind. Deshalb ziehen wir das immer hinaus, bis auf das aller, allerweiteste, damit wir dann im Frühling wirklich wieder viel Freude an den Stauden haben werden. Und was ja, was ich auch noch hätte erwähnen sollen, das habe ich natürlich vergessen, was das Gute ist bei dieser Verpackung, wie ich es jetzt gewählt habe, ist, dass wenn im April schon warme Nächte sind, also kein Frost mehr da sein sollte im April, dann ist es einfach einmal die Haupthaube, die jetzt drüber ist, runter zu nehmen und ganz einfach schon etwas Luft an die Bananen dran kommen zu lassen. Die kleinen Säckchen, die ich da genäht habe, die können dann immer noch drauf bleiben, aber man weiß ja, das Licht durchdringt ja diesen Wintervlies auch sehr gut und von daher können die schon ein bisschen atmen und können sich vorbereiten auf dem Sommer, um wieder richtig in voller Pracht und in voller Schönheit dazustehen. Und damit, meine Lieben, sage ich danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Winter, so dass er euch gefällt, egal mit oder ohne Schnee, nur dass er euch gefällt. Ich hoffe, ihr bleibt mir auch treu im kommenden Jahr. Ja, morgen ist der erste Advent und natürlich wünsche ich euch dazu eine geruhsame Adventszeit und jetzt schon frohe Weihnachten, einen guten Beschluss und ich hoffe, wir sprechen, wir sehen uns wieder im kommenden Jahr mit viel Freude im Garten und an unseren Bananen. Tschüss, bis bald wieder, eure Lilo. Bis bald wieder, eure Lilo.